Mit eigenen Standorten in 14 verschiedenen Ländern und einem globalen Service-Netzwerk sichert Häuft überall auf der Welt Qualität, Sicherheit und Effizienz im Abfüll- und Verpackungsprozess. Im Kundenzentrum der Häuftsystemtechnik GmbH, in Burgprohl können Sie sich selbst ein Bild von der modularen Produktpalette des Technologieführers machen. Sie sind uns jederzeit herzlich willkommen. Ob es um Getränke geht, um Lebensmittel oder um Pharmazeutika, erleben Sie die ganze Vielfalt an Häuftsystemen zur Qualitätskontrolle und Inspektion von Produkt und Verpackung. Unser Kundenzentrum bietet jede Menge Möglichkeiten. Vom vertraulichen Vier-Augen-Gespräch bis hin zum Groß-Event, von Meetings im kleinen Kreis bis zu umfangreichen Seminaren, Workshops und Trainings, hier erfahren Sie, wie Sie mit überlegenem Häuft-Equipment einfach mehr erkennen. Ein konsequentes Baukastenprinzip generiert maßgeschneiderte Inline-Systeme für unterschiedlichste Anforderungen und Anwendungsfälle. Das Angebot reicht von der Leerflaschen-Inspektion, über die Detektion gefährlicher Fremdkörper in Vollgut bis zur Etikettierung und Behälter-Endkontrolle. Eigenverantwortlich arbeitende Teams produzieren zudem innovative Lösungen für einen schonenden, lückenlosen Behälter-Transport und maximale Linien-Effizienz. So gut wie alle Bauteile werden bei Häuft selbst gefertigt, ausführlich getestet und anschließend passgenau in unsere Systeme integriert. Optimal vorkonfiguriert, lassen diese sich ganz einfach bei Ihnen vor Ort einbinden. Probleme lösen wir mit intensiver telefonischer Beratung und online über den Häuft-Tele-Service. Erfahrene Ansprechpartner bieten wertvollen Support in allen Sprachen. Eine eigene Leitstelle koordiniert die Vor-Ort-Einsätze unserer weltweit aktiven Serviceteams. Unser technischer Service ist rund um die Uhr für Sie da. Gut 20% aller Häuft-Mitarbeiter sind im Bereich Forschung und Entwicklung beschäftigt. Das Ergebnis, bahnbrechende Innovationen und ausgereifte Systeme auf dem neuesten Stand der Technik. Von der Entwicklung über die Produktion bis hin zu Vertrieb, Projektierung und Service, kurze Wege und flache Hierarchien sorgen für eine optimale Zusammenarbeit. Erfahrungen, die wir heute beim Kunden machen, werden so schon morgen in bedarfsgerechte Lösungen umgesetzt. Und dies mit System, denn Häuft ist Systemtechnik.